Yoga Nidra zur Stärkung der Selbstheilungskräfte und des Immunsystems. Yoga Nidra ist eine wunderschöne Praxis, die dir hilft, dein ganzes System zu regenerieren, Energie und Kraft zu tanken und so von innen heraus, durch die tiefe Ruhe dieses yogischen Schlafes, deine Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Lass dir ein wenig Zeit, deine angenehme Position zu finden, die sich jetzt in diesem Moment gut und stimmig für dich anfühlt. Zu wissen, dass jetzt deine Zeit, dein Raum für Ruhe und Entspannung ist. Zu spüren, dass du dabei vollkommen sicher und getragen bist von der Erde, die dich hält und trägt, unterstützt. So kannst du dich voller Vertrauen mit jeder Ausatmung noch ein wenig mehr in deine Unterlage senken lassen. Mit jedem Atemzug ein wenig mehr Spannung loslassen. Mit jedem Atemzug ein wenig mehr und mehr. Und dir dabei selbst die Erlaubnis zu geben, deine Position zu jeder Zeit verändern und verbessern zu können. Du brauchst nur nichts zu tun, außer meiner Stimme zu folgen. Es gibt kein richtig oder falsch. Nimm einfach nur wahr. Mache dir keine Sorgen, wenn du das Gefühl hast, nicht alle meine Worte mitzubekommen oder vielleicht auch einzuschlafen. Dann ist vielleicht das, jetzt in diesem Moment, genau das, was du brauchst. Zu wissen, dass du tief im Inneren genau weißt, was gut und richtig ist für dich. Jetzt in diesem Moment. Und dann spüre, wie dein Atem ganz von alleine durch deinen Körper fließt und strömt. Dein Atem, Lebensenergie, der dich mit all dem versorgt, was du benötigst. Und dabei mit jedem Atemzug noch ein wenig mehr loslassen, entspannen zu dürfen. Und dich dabei gehalten und getragen von der Erde zu fühlen. Wenn jetzt noch Gedanken in dir auftauchen, dann lasse diese Gedanken da sein. Und dass sie mit jeder Ausatmung wie Wolken vorbeiziehen. Mit jedem Atemzug ein wenig mehr und mehr loszulassen. Mit jedem Atemzug ein wenig mehr und mehr und mehr. Mit jedem Atemzug ein wenig mehr von deinem denkenden Verstand in deinen Bereich deines Herzens hineinzuführen. Und zu spüren, wie dein Atem ganz von alleine kommt und geht. Mit jedem Atemzug dich ein wenig mehr in den Bereich deines Herzens hineinzuatmen. Mit jedem Atemzug ein wenig mehr in deinem inneren Raum anzukommen. Im Raum deines Herzens. Und dann lasst dir einen Moment Zeit, hier hinein zu spüren. Zu schauen, ob es für dich heute eine Intention gibt, eine Absicht, ein Entschluss. Ein Sankalpa für deine heutige Praxis. Frage dich selbst, was ist mein größter Herzenswunsch jetzt in diesem Moment? Vielleicht ist es der Wunsch nach Gesundheit, nach Heilung, nach Entspannung oder Wohlbefinden. Vielleicht auch einfach der Wunsch, hier sein zu dürfen, nichts tun zu müssen. Und wenn es eine Intention in Sankalpa gibt, dann forme daraus einen positiven Satz in der Gegenwart. Und sage ihn dreimal innerlich lautlos vor dich hin. Zum Beispiel, ich bin gesund, ich bin voller Energie oder ich habe ein starkes Immunsystem, das mich schützt. Was auch immer deine Intention ist, sage sie dir dreimal hintereinander lautlos vor dich hin. Und dann bedanke dich und lasse deinen Sankalpa wieder gehen. Dann bringe deine Aufmerksamkeit wieder zurück zu deinem Atem, dem den Atem deinen Nasenlöchern war. Im Bereich deiner Kehle, wie er sanft, das Innere deiner Kehle streichelt. Den Atem im Bereich deiner Brust, deines Herzens. Den Atem in deinem Bauch, wie er sich sanft hebt und senkt. Dann stelle dir vor, wie du mit jedem Atemzug neue Energie in dich aufnimmst und mit jedem Ausatmen Altes und Verbrauchtes wieder abgeben kannst. Und so noch ein wenig mehr in die Entspannung sinken kannst. Dann stelle dir vor, wie im Bereich deines Herzens ein heilendes, strahlendes Licht zu leuchten beginnt. Nimm wahr, ob es eine bestimmte Farbe hat, vielleicht grün oder weiß. Und dann schicke dieses heilende Licht in alle Bereiche deines Körpers. Und während ich jetzt nacheinander die verschiedenen Bereiche deines Körpers nenne, nimm die Empfindungen wahr, die du spürst in diesem Bereich. Und stelle dir das heilende Licht vor, das dort leuchtet. Von deinem Herzzentrum aus, schicke das Licht in den Bereich deiner Kehle. Zu deiner Stirn und dort über den Scheitel, die rechte Schläfer, die linke Schläfer. Ohr, das rechte Ohr, das linke Ohr, die rechte Wange, die linke Wange, deine Nase. Schicke das heilende Licht in das rechte Nasenloch, das linke Nasenloch. Den Raum zwischen den Nasenlöchern, deine Oberlipper, deine Unterlipper, den Raum zwischen den Lippen, die Zähne, den Gaumen, die Zunge. Und stell dir vor, der ganze Mund leuchtet mit heilendem Licht. Lasse das Licht, den Unterkiefer durchströmen, den Hals, das rechte Schlüsselbein, das linke Schlüsselbein, das heilende Licht im Zentrum deines Herzens. Schicke das Licht von dort aus zu deiner rechten Achselhöhle, zur rechten Schulter, Oberarm, Ellbogen, Unterarm, Handgelenk, Handrücken. Ein heilsames Licht in der Mitte deiner Handfläche, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger, der ganze rechte Arm erfüllt von heilendem Licht. Kehre zum Leuchten im Herzzentrum zurück und lasse das Licht in die linke Achselhöhle fließen. Deine linke Schulter, linker Oberarm, Ellbogen, Unterarm, Handgelenk, Handrücken. Heilsames Licht in der Mitte der linken Handfläche, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger. Zurück zum heilenden Licht im Herzzentrum. Schicke das Licht in die rechte Seite der Brust, Die linke Seite der Brust, den Oberbauch, den Nabel, Unterbauch, die rechte Leiste, die rechte Pobacker. Rechte Oberschenkel, heilendes Licht im Knie, das Schienbein, die Wade, rechte Fußknöchel, Fußrücken, Licht, das in die Fußsohle leuchtet. Großer Zeh, zweiter Zeh, dritter Zeh, vierter Zeh, kleiner Zeh, das gesamte rechte Bein leuchtend mit Licht. Gehe zurück zum Licht am Nabelzentrum, Unterbauch, linke Leiste, linke Pobacker, linker Oberschenkel, heilendes Licht im Knie, Schienbein, Wade, linker Knöchel, Fußrücken, Licht in der Fußsohle, großer Zeh, zweiter Zeh, dritter Zeh, vierter Zeh, kleiner Zeh, das gesamte linke Bein strahlend vor Licht. Gehe zurück zum Leuchten in der Nabelmitte, am Beckenboden, die rechte Pobacker, die linke Pobacker, das Kreuzbein, der untere Rücken, der mittlere Rücken, der obere Rücken, die Schulterblätter, die gesamte Wirbelsäule leuchtend vor heilsam Licht, der Nacken, Hinterkopf, Scheitel, Stirn, Strahlendes Licht im Bereich deines dritten Auges, im Bereich deiner Kehle, im Bereich deines Herzens. Und dann stelle dir vor, der ganze Körper leuchtet mit diesem heilenden, intensiven Licht, Licht, alle Körperteile strahlend vor Licht. Und so spüren, wie das Licht dich sanft einhüllt und überall dorthin fließt, wo du es brauchst. Es sanft in dich hineinzuatmen, reinigend, nährend und heilend. Um beim Ausatmen all das loszulassen, was du nicht mehr brauchst. Das heilende Licht fließt in all deine Zellen, deine Organe, die ganze Wirbelsäule, ganz sanft, wirbel für wirbeln, heilt, reinigt und entspannt überall dort, wo du es brauchst, Entspannung bringt. Und deinen Körper ganz einzuhöhlen, bis in die Finger- und Haarspitzen hinein, bis dein Körper ganz eingehüllt ist, sanft, sicher, mit jedem Atemzug ein wenig mehr und mehr. Du hast leichter und leichter gehalten und getragen vom Licht. Und getragen von diesem wundervollen Licht, kommst du an einen wunderschönen Ort, an dem du dich wohlfühlst, an dem du dich sicher und geborgen fühlen kannst. Vielleicht ein Ort aus deiner Erinnerung, ein Ort, an dem du schon mal warst oder ein Ort, den du jetzt, hier und heute für dich geschaffen hast. Vielleicht ein Ort in der Natur oder einfach das Gefühl des tiefen Friedens, was auch immer dein innerer Ort ist, stelle ihn dir mit all deinen Sinnen vor. Nimm Geräusche wahr, Düfter, Klänge, Geschmäcker, Farben, Formen, die anwesend sind. Nimm Gefühle von Sicherheit, von Leichtigkeit und Wohlbefinden wahr, während du deinen inneren Ort entstehen lässt. Erlebe diese wunderbare Erfahrung in deinem Geist und in deinem Körper, dass sie noch einmal in deinem Geiste entstehen. Du sollst dich im Licht dieser wundervollen Erfahrung, lässt sie dein Bewusstsein füllen und erlaubst es ihr, dich zu heilen. Und jetzt an diesem wunderschönen Ort, wo du ganz entspannt bist, wo du dich ganz fühlst, wo du Wohlbefinden, Liebe, Freude und Heilung fühlst. Atme all diese schönen Eigenschaften ein. So wie dein Atem dich hineinströmt und friedlich durch dich fließt, so durchdringen Frieden, Freude und Liebe dein Sein und erfüllend dein Herz. Und du fühlst deinen Frieden tief in deinem Inneren und du spürst, dass die Heilung und die Kraft, die du suchst, bereits in dir sind. Du weißt, dass du alles in dir trägst, dich von innen heraus zu stärken und zu heilen. Du spürst die Tiefe verbunden. Verbundenheit und Liebe. Und du kannst jederzeit an diesen Ort der Sicherheit, des Wohlbefindens und der Heilung zurückkehren, wann immer du willst, in deiner Praxis und in deinem täglichen Leben. Dann ruhe dich einen Moment aus an diesem inneren Ort der Kraft, des Wohlbefindens, in der Stille, umgeben von der Liebe. Du bist eins mit dir selbst, umgeben von Liebe, ruhig, entspannt, friedvoll. Und du bist eins mit dir selbst. Und du bist eins mit dir selbst. Und du bist eins mit dir selbst. Und deinem Temps. Und deinem Temps. Und deinem Tönchen. Und deinem氣, einfach in deinem Leben und in deinem Leben, viel anders zu werden. Und deinem Christ mit dir selbst. von Kraft, Heilung und Wohlbefinden mit in deinen Alltag und in dein Leben und lass es dich bei jeder Aktivität und Begegnung begleiten. Und dann erinnere dich jetzt wieder an deinen Entschluss, deinen Herzenswunsch, deinen Sankalpa vom Anfang und wiederhole dir diesen Entschluss noch dreimal innerlich in tiefer Überzeugung und tiefem Vertrauen. Dann komme nun langsam wieder ins Hier und Jetzt zurück, nimm deinen Körper auf der Unterlage wahr, deinen Atem, wie er immer tiefer wird, die Umgebung um dich herum. Und nimm dir Zeit beim Übergang in deinen Wachzustand. Wenn es sich für dich stimmig anfühlt, dann kannst du gerne deine Augen mehrmals öffnen und schließen, während du in deinem Körper und in deinem Geist Liebe und Heilung und Wohlbefinden verspürst. Und erinnere dich in deinem Alltag, dass diese innere Kraft der Heilung, der Liebe, des Wohlbefindens immer bei dir ist, was immer du tust, wo auch immer du bist. Atme tief ein und atme vollständig aus. Und bringe dann langsam Bewegung in deinen Körper. Beweg deine Finger, deine Zehen. Strecke dich, mach dich lang. Und wenn du bereit bist, dann öffne langsam wieder deine Augen. Du bist nun wieder vollständig zurück im Hier und Jetzt. Und ich danke dir, dass du dich von mir hast begleiten lassen durch diese Meditation zur Aktivierung deiner Selbstheilungskräfte. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis bald. Namaste. Amatmen. 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 Amatmen.